Ok, damit seid ihr gegrüßt zu einem neuen Netztest. Wir spielen Extra-Coin, ein kleines Indie-Game von der Steam Next Fest. Da haben wir hier mal wieder etwas ausgebuddelt. Ja, im Versus-Modus gibt es. Wir starten in Story-Mode und schauen uns das mal an. Was uns hier erwartet. Indie-Tour. Ok. Schauen wir uns mal an, was das Spiel für uns bleibt. Der Startbücher verspricht hier schon einiges. Na dann. Rein in den Spielspaß. Willkommen in der Arcade. Where your new life finally begins. Thanks to years of cutting edge research, and the hard work of our development team. The Arcade is able to offer you a new chance at life. Far from the turmoil and devastation of our time. Through the Extra-Coin program agreed to by world governments. You can now enjoy our free permanent connection system. Saying goodbye to your mortal life forever. And beginnend. Ok. Jetzt spielen wir diesen Charakter im... Ein bisschen Pixels. Hier in Hangzhou in Hangzhou in Hangzhou in Hangzhou in Hangzhou. Ich hoffe, dass die Riots nicht mehr Zeit weiterentwickeln. Und wir können uns hier umgucken. Und in den Gegenständen interagieren. Das ist die übliche Lassigkeit. Ist das nicht wahr, Maya? Wow. Hier gibt es auch manche Sachen, die sind nicht verpixelt. Wie zum Beispiel Sitz. Das ist jetzt gesehen, nur unter der Schrank. Sieht auch nicht kurz. Richtig aus. Best not to disturb Grandpa. I wouldn't want him to be resting. Ok. Dann können wir gehen mal auf. Und dann können wir einen Schrank. Und dann können wir uns nachher gehen. Und dann können wir uns nachhelfen. Und dann können wir uns nachher gehen. Wie das aussehen. Und dann sehen wir uns nachher. Ok. Hey, wie spät ist es denn? Der Wecker läuft so schnell. Was hast du denn verloren? Das ist ja immer noch nicht. Das ist ja immer noch nicht. Das ist ja auch nicht, Maja. Ich komme, Grandpa. Ich komme, Grandpa. Grandpa, was ist falsch? Ich bin schon seit ein paar Tagen. Was bedeutet, Grandpa? J organize... Keinehren... Mika? Ich bin auch! Es hat noch! Ich kann noch nicht Alpha, mich? Mika Das ist toll Ich verstehe nicht! Du musst sie holen! Ich bin nicht zu weit, okay? Stopp! Bitte! Wow, so emotional, schon am Anfang des Spiels. Oh wow, wie traurig. Tagsüber die Kerze streichen, nachts über die Nacht durchheulen, kein Auge zu kriegen. Verzauern. So verstrechen die Tage. Oh wow. Oh wow. I just woke up. Do you want your meal, don't you? Was haben wir denn schönes in der Küche? Glücklich bist du hier, um mich aufzuhören. Das ist die erste Katze, die überhaupt ist, warum sie es mag, beim Essen gestrichen zu werden. Was hast du, Maja? Was ist das? Meine kleine Frau, ich hoffe, dass du diese Message leidst, nur nachdem du die Kraft hast, um uns zu verabschieden. Deine Gefühle zu folgen uns in die Arcade, hat mein Herz, aber ich liebe deine Entscheidung. Ich erwarte deine Aufmerksamkeit jeden Tag, von meinem echter neuen Existenz. Ich liebe dich mit all meinem Herz. Mom. Warum muss alles so schwer sein sein? Ich liebe dich mit all meinem Herz. Mom. Grandpa ist richtig. Wie lange die Idee, dass ich in diesem Ort stehe, in diesem Ort, macht meine Blut zu fliegen, ich sicherlich kann sie nicht. Es ist Zeit für mich zu gehen, Maja. Ich werde bald wieder zurück. Ich glaube, ich werde dich nicht vergessen. Ich werde dich nicht vergessen, ich werde dich selbst verwenden. Ich habe noch immer die Geschichte erzählt, die Papa Report sagte mir vor mir zu Hause. Ich hatte einen Tandremen, dass er nur noch dazu hat, er hat seinen Gånggong zu sagen, und ich rumgegeflösen mir zu bottom. Ich werde ihn mit dem Betteln gehen. Ich werde dich in den Momenten. Was machst du überhaupt? Versteig dich Was machst du mir jetzt? Alles gut, ich kann das machen Und was ist dann? Oha. Okay. We're happy to have you on board and yadda yadda. The usual. But now the best part. Choosing your username. May I suggest something like Queen no.6? Of course that's just a suggestion. But wouldn't it be cool if everyone knew that there was a new queen in town just by reading your username? Yeah, sure. Mika Watson. Mika. M1K4. Technically it's forbidden to use your own name as a username. I understand. Technically though, M1K4 is not your real name. Well, who cares? The rules are made to be broken anyway. Buckele up. Ta-daaaa! Hmm, it's weird that you still have that medalion around your neck. Why? Eh, forget it. We'll talk about that another time. Follow me! Can we not make a character? Just a character. Das stimmt. Don't worry, you will have time to customize it with tons of accessories. But always remember, no matter how much you accessorize, you'll always be a simple NFA. Uh, NFA? No fame avatar. It's the derogatory term that champions use for common users. Oh my, I'm so embarrassed. I don't really know what got into me. Please forgive me for saying that awful, awful word. Don't worry, OXO. I don't mind. Why don't you take a walk outside? The city is huge and full of magnificent places. I'm sure you'll be delighted. It's been a sprint. Why don't you take a walk outside? The city is huge and full of magnificent places. I'm sure you'll be delighted. Okay, was anziehen können wir nicht. Okay. Nur ein paar zu spills. Ah, noch keine. Können wir noch nicht spills. na dann wollen wir mal ah damenlöte schon klasstimiert ich bin nicht ohne den anderen mitzirrenden so gorge es ist es mein luck herr meins only a grand illusion sorry to bother you but i couldn't help but over here i didn't think i was talking out loud i must really have my head in the clouds oh my how rude my name is bleed i'm a long time mid player m1k4 i may not be the best in the business but i'm experienced enough to recognize a new user in front of me how could you tell don't worry it is quite common to be a bit confused at first you will get used to it if i may um can i ask how you all find your way around in here well you can use the city map no one told me about a map take mine then i don't need it bloody hell my my avatar sorry i didn't mean to no one should see me in my human form it's against the rules okay i'm so sorry i'd better go hey wait interessant no one can name come put it on on the stage punk aha whoa you really look shocked i'm afraid i've heard another user did you push him to game over how do i get out of this darn place okso well you just take off your visor hey wait aha what do you play a one with gruson holy don't i get out of this you What do you want from me? Please, don't wait. Leave me alone. This isn't really happening. This isn't really happening. Mom? Dad? Where are you? Don't leave me alone. Please, I'm scared. I beg you, don't abandon me again. You can't. What do you think you're playing the demon? Okay. Yeah, it's fantastic. It came to me like... Like nothing. I'm excited. You're a little bit surprised. That's what it's mean. It's a fun game to be. I'll be right back to it. So... That's what I'm saying. That's... That's what I like. If you have any questions, please leave me alone. If you have any questions, please leave me alone. Leave me alone. oder Glocke aktivieren, Kommentare schreiben, ja, hat sie noch einen tollen Tag und haut daran ab. Tschau. Tschau.